Der Star Wars Opening Crawl. So beginnen seit jeher die Filme der Sternensaga. Da aber der Spin-Off Rogue One ein eher eigenständiger Teil der Saga ist, überlegen die Macher derzeit ernsthaft, eventuell auf einen klassischen Opening Crawl zu verzichten. Hilf! 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 Ein möglicher Grund für das Weglassen der Opening Crawls könnte ein massiver Zeitsprung zu Anfang sein. Große Zeitsprünge oder ausufernde Flashbacks innerhalb der Filme wären für Star Wars sehr ungewöhnlich. Einzig der Macht-Flashback von Rey bildet hier eine bekannte Ausnahme. Was uns aber das kurze Star Wars Celebration Reel vom Rogue One Panel verrät, Jyn wird auch als kleines Mädchen gezeigt. Wie wir ja bereits aus dem Teaser-Trailer wissen, ist sie seit ihrer Kindheit völlig auf sich alleine gestellt. Auf der Flucht zu sein, von der Ähre von 15. Hier scheint sie auf der Flucht zu sein. Auf der Flucht wovor? Mads Mikkelsons Figur Galen Erso, ihr Vater, ist dem Miterfinder der Atombombe Robert Oppenheimer nachempfunden. Die Idee ist, dass er etwas sehr Wichtiges zu einer Massenvernichtungswaffe beigetragen hat, etwas erfunden hat, dessen Einsatz er aber verteufelt. Was auch immer es ist, das Imperium will es haben. Und wie wir ja dem fertiggestellten Todesständen nehmen können, bekommt das Imperium auch, was es will. Bisher konnte man davon ausgehen, dass Galen Erso direkt für das galaktische Imperium arbeitet, aber die Kleidung und der ländliche Ort wollen nicht so ganz dazu passen. Stattdessen statten sie ihm einen Besuch ab. Einen Besuch, der in Blutvergießen geendet haben könnte. Galen Erso war vielleicht nie das Missionsziel der späteren Rebellen Jyn, sondern der Grund, weshalb sie gegen das Imperium kämpft. Das ist doch eine Rebellion, oder? Ich rebelliere. Das erklärt auch, warum man zwar mit Verlaine Kane eine Schauspielerin gecastet hat, die mutmaßlich ihre Mutter Lyra Erso spielt, aber sogar knapp jünger als Felicity Jones ist. Es mündet wohl in einer Szene, die so ähnlich schon einen der besten Filme aller Zeiten eingeläutet hat. Das Massaker an einer Familie in Spiel mir das Lied vom Tod. Genau wie dort geht es nicht nur darum, dass man eine Familie auf dem Gewissen hat, sondern vor allem, wer sie auf dem Gewissen hat. Das Todeskommando, die passend betitelten Death Trooper, führt wohl niemand Geringeres als Jyns späterer Feind an, Orson Krennic. Den Titel Director muss er sich erst noch dazu verdienen, wie man sein Abzeichen entnehmen kann. Als Director Krennic ist er für den Bereich Advanced Weapons Research und den Todesstern zuständig. Es wäre nicht die erste Familie, die vom Imperium ausgelöscht wird. Und Krennic ist nicht der einzige, der zu radikalen Methoden neigt. Auf dem Planeten Jedi, eine Art Mekka für Anhänger und Gläubige der Hellenseite der Macht, werden wir Zeuge eines Anschlags. Ein Anschlag, der in unmittelbarer Nähe von Zivilisten ausgeführt wird. Ein Anschlag, der selbst die Rebellen Cassian Andor und Jyn Erso zu überraschen scheint. Ein Anschlag, den so die Allianz der Rebellen nicht begehen würde, aber gut zu einer radikalen Splittergruppe passt. Angeführt von Saw Gerrera. Was würdest du tun, wenn sie dich fangen? Was würdest du tun, wenn sie dich brechen? Wenn du weiter kämpfst, was würdest du bekommen? Was würdest du tun, wenn sie dich fangen? Es ist die Gidea, die mit der K-2-Serie. Er ist entgegen ersten Vermutungen nicht der ständige Begleiter und treue Freund von Jyn, sondern von Cassian. K-2 wird von Alan Tudyk im Motioncatcher-Verfahren verkörpert. Etwas, was C3PO-Darsteller Anthony Daniels nicht als sonderlich erstrebenswert empfindet. Er sagt, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, oder... du bist CGI? Und ich sagte, oh, ich bin CGI. Und er sagte, du Scheiße. Hier sogar mit Star Wars Urgestein Warwick Davis. Etwas überraschend ist die Verwendung des wieder in Mode gekommenen Projektionsverfahrens, bei dem statt Greenscreen echte Videoaufnahmen projiziert werden. Der Vorteil liegt in einer besseren Umgebung für die Schauspieler, um sich auch besser einfühlen zu können und in dem realistischen Lichteinfall zusammen mit den natürlichen Reflektionen in der Umgebung. Das Gegenteil davon sieht so aus. Übrigens scheint Krennic hier eine kleine Führung zu geben oder Ansprache zu halten. Im Publikum könnte sich ein alter Bekannter befinden, Großmoth Tarkin, wobei er vielleicht hier noch etwas zu jung ist. Den Todesstern gilt es zu zerstören und das geht nur mit dessen Bauplänen. Dafür müssen sich Jyn und Kessin verkleiden, doch wo dringen sie überhaupt ein? Naheliegend wäre ja eigentlich der Todesstern selbst, aber dieser befindet sich nicht ohne Grund in der Umlaufbahn des tropischen Planeten Scarif. Dort befindet sich eine militärische Anlage, ob jetzt diese die Pläne nun beherbergt oder aber der Schlüssel zum Eindringen in den Todesstern sein könnte, ist nicht ganz klar. Doch offensichtlich ist, dass Jyn die Anlage mit etwas scheinbar Wichtigem verlässt. Und wie sie die Anlage verlässt, erinnert zum einen an das Kriegsthema des Filmes, aber das verzweifelte Anrennen gegen die direkten Vorläufer der AT-AT, den AT-ACT, erinnert an einen Filmklassiker, Budge Cassidy and the Sundance Kid, das verzweifelte Vorstürmen gegen eine überlegene Macht, oft kopiert und nur manchmal erreicht. Ganz so verzweifelt müssten sie aber nicht sein, wie uns ein Poster und der lautstarke Aufnahmeleiter verraten, die X-Wing kommen. Die nächste Woche, die nächste Woche, die der AT-AT down there! Bye! Verbindet man das mit dem Auftauchen der Death Trooper und ihres kommandierenden Offiziers Krennic, so sieht das hier schwer nach dem letzten Showdown des Filmes aus. Und egal, wie es für die Rebellen selbst ausgehen wird, ihre eigentliche Mission wird glücken. Das verrät uns zumindest der Opening Crawl aus Episode 4, eine neue Hoffnung. May the force be with us. Copyright Untertitel NDR 2021